Hallo, mein Name ist Luca Lodewaix, ich bin 14 Jahre alt, ich komme aus Bochum. Ich gehe in die 9. Klasse der Anne-Frank-Realschule Bochum. Meine Hobbys sind Fußballspielen und Schauspielern. Ich gehöre seit ca. 4 Jahren zum Ensemble des jungen Schauspielhauses. Ich habe während Corona angefangen ein paar Sachen selber anzubauen. Chilis, Erdbeeren, Paprika. Ich habe zusammen mit meiner Mutter einen Teich angelegt für Molche. Und unser Wasser sammeln wir in einer Regentonne. Mir und meiner Familie ist Mülltrennung sehr wichtig. Deswegen haben wir nicht nur die üblichen Tonnen wie Papier, Gründer Punkt und Rest, sondern auch eine Biotonne. Ich fahre jeden Tag 40 Minuten mit der Bahn, um zur Schule und nach Hause zu kommen. Und wenn ich zum Sport oder zum Schauspielen möchte, nehme ich einfach das Rad. Ich fahre jeden Tag 40 Minuten mit der Bahn. Vielen Dank.